Jetzt hast du immer noch das gleiche Hümmelie an, während du das steckt. Nein, Yvonne hat echt mehr als eines von ihnen. Wenn du dir ein neues gekauft hast, mit einer anständigen Kragen, dass du mal eine Gattung machst. Nein, ich glaube, das ist nicht so mein Stil, weisst du. Hast du 10 geputzt? Hä? Hast du 10 geputzt? Natürlich habe ich 10 geputzt. Also komm. Nein, sicher nicht. Das ist mir noch zu früh. So, jetzt sitzt du ein bisschen anständig hier und dahinter. Mach dir gerade den Rücken. Könntest du auch wieder mal zum Coiffeur. Hast du erstens ein Blümchen mitgebracht? Ein Blümchen? Und bis jetzt hat dir ja noch nie eines gefallen. Entschuldigung. Mach mir doch mal ein Coiffeur. Du hast eine schöne Lippenschrift angemacht. Aber du bist doch ein bisschen darüber raus. Was? Wieso weisst du auch nichts? Habe ich doch. Ich habe die Recherwelle gekriegt. Schau doch jetzt. Ich will nicht gehen. Wo ist das WC? Ein Witz ist schon vorzusteigen. Und dann weiss ich das selber.